Hallo liebe Wipperführer, mein Name ist Marc Lamsus und ich bin Badminton-Nationalspieler und spiele beim ersten BC Wipperfeld in der ersten Bundesliga. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und heute habe ich mich hinter einem Türchen versteckt. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Adventszeit, trotz Corona und ich wünsche euch alles Gute und besonders Gesundheit in dieser schweren Zeit. Bleibt zu Hause, haltet euch in die Regeln, damit wir demnächst wieder alle in unser gewohntes Leben zurückkehren können. Ich bin derzeit an meinem Trainingsstandort in Saarbrücken und ich muss echt sagen, dass ich meine Heimat vermisse, das Bergische Land und meine Lieblingsrestaurants in Wipperführt und auch besonders den Verein, die tolle Gemeinschaft. Ja, Wipperführt ist jetzt nicht die größte Stadt und macht es besonders viel Spaß in der ersten Liga dort zu spielen und gerade das familiäre Verhältnis, ja, liebe ich dort und ich hoffe, dass wir demnächst wieder alle in der Halle begrüßen dürfen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Ganz liebe Grüße in die Heimat und bis bald. Euer Marc. Tschüss. Ausatmen Copyright Untertitel